Ich brauche erstmal einen Dampfgenerator und Strom, das ist echt kacke. Ja, ich weiß, ich muss mich beeilen. Müde. Ja, ich war ja schon inne. Mein, 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 ein Stress hier. Ein Stress ist das hier. Ich brauche dann nur Wasser. Ja, fressen brauche ich auch noch, ich habe nichts mehr zu fressen. Ah, noch nicht bereit. Die brauchen Wasser. Oh, wir können ernten. Wir können schon mal was ernten, das ist sehr gut. Ähm. So, haben wir schon mal was gegessen. So, der hat auch schon mal Wasser gekriegt von mir. Dann, was habe ich jetzt noch alles in meinem Inventar? Ich bringe das mal hier hoch. Nein. Da habe ich noch Holz, genau, Stein. Dann heiz mal kurz mal hier unten ein. Ich brauche viel mehr Holz, Mann. Genau. Herstellen. Nein. Hochbeat. Machen wir gleich drei. Rucksack. Gibt ihr die Möglichkeit mehr zu tragen? Oh. Das ist gut. Rucksack brauche ich. Was braucht jetzt dieser Dampfgenerator? Zwölf Metall. Okay. Abholen. Warte, bevor ich es abhole, nochmal hoch. Na gut, jetzt hätte ich auch abholen können und mir den Weg sparen können. Ah, nein, da war es nicht. Ja, okay. So. Abholen. Äh, bitteschön. Was will haben wir jetzt? Nein, mein Metall. Was möchte Dieter in die Karre hin, meint, die geht mir jetzt auf den Sack. Ist zu schwer, warum ist denn das jetzt schon wieder zu schwer? 12, achso, wir werden ihn hochbieten. Kann ich das dabei hier zwischenlagern? So, jetzt was, komm, wir müssen schnell gießen. Rübelis haben wir gekriegt, das ist sehr gut, da kann man neu anpflanzen. Ich sollte ein Nickerchen halten, verdammt. Ah, es überfordert mich dieses Spiel langsam. Ich muss unbedingt ein Nickerchen halten gegen Mittagwester. Naja, komm. Naja, komm. Lass uns das kochen. Karottenmarmelade. Ich frage jetzt, was bringt halt mehr? Scheiß drauf. Da ist wassersfeuer, Gott sei Dank. Ach toll, eine Menge. Was ist das? Egal, komm. Wir müssen was herstellen und zwar den Dampfgenerator herstellen. Bauen. Muss sein. Haben wir ihn jetzt genommen, ja. Sehr gut. Müssen wir hier weitermachen. Bauen. Bauen. Genau. Weil. hier. Jetzt haben wir wieder Strom, wa? Ach, der Kampfgenerator. So, tun wir mal einheizen. Ach so, ich brauche noch eine Leiter. herstellen. So, dann schicken wir mal kurz dieses Buch noch weg. Entschuldigung, ich will gerade etwas hier handeln. Minutemen. Oh, wir können wieder ernten. Ah, sehr gut. Oh. 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 So, schicken wir mal den bisschen sparen. Ich hab leider nicht so viel Holz. Ich sollte jetzt auch schlafen gehen. Warte, können wir hier noch abholen? Warte, 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 wir können gleich abholen. Abholen. Können wir noch nicht? Jetzt können wir abholen. Danke. Das war mir jetzt noch wichtig. So, nächster Tag. Neues Glück, würde ich sagen. Oh, das Wasser wird abgestellt. Scheiße. Das Wasser wird abgestellt. Und dann kommt der Inspektator. Oh noch. Upsi, das Wasser wird abgestellt. Ja, ja. Ist mir egal. Als nächstes kommt dann noch dieser komische Inspektor-Gadget an den... Äh, wir lesen. Vielen Dank für das Buch. Es war in der Tat sehr informativ. Jetzt habe ich aber folgende Frage. Können Sie mir einen Geigerzähler beschaffen? Ich sage Ihnen nicht, dass ich ihn jetzt benutzen will. Aber ich möchte trotzdem lernen, wie man damit umgeht. Und zwar lieber jetzt als nachher. Egal, Geigerzähler sind schon eine echte alte Technologie. Vielleicht finden Sie einen, wo ältere Sachen sind. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ja, ja. Kommt in die Tonne mit dir. So, jetzt Freunde. Das Wasser wurde mir ja abgestellt. Ich brauche trotzdem happy, happy. Okay. Das Gemüse ist super. Ich stelle mal aus einem her, was ich habe. Und zwar fressen. So, dann kommt das hier rein. Das, das. 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 Ähm... Was wollte ich jetzt machen? Ich brauche noch Metall. Warte, da kann ich das eine Ding auch noch mitnehmen. Genau. Spann noch ein bisschen Eisen. Und benutzen. Geh noch mal in die Mine. Spann noch ein bisschen Eisen. Level 1, bitte. So, dann kann man den Schmarrn hier rein kriegen. Geht gar nicht. Oh man. Ich dachte, ich könnte es hier bunkern. So, hier unten haben wir ja alles. So weit erforscht, was ging. Aber ich brauche da noch ein bisschen Holz. Gehe ich schnell nach Hause, bringe das Zeug wieder weg. Würde ich sagen. Gehen wir nochmal schnell in den Wald. Ein bisschen Holz sammeln. Ist der Prepper? Was haben wir jetzt noch an Gemüse? Gurken. Sehe sie in ein Beet ein, um Gurken zu anzubauen. Meister. Das geht auch nicht. Ja, wir könnten auch Rotten und Salat nochmal schnell anbauen. Abholen. Zweimal Eisen. Dann können wir schnell die Leiter bauen. Passt ja. Nein. 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 Der ist immer mit seinem Nickerchen. Ja! Gibt kein Nickerchen. Garotten wird man satt. So, jetzt gehen wir mal schnell in den Wald. Ich würde sagen, wir gehen selber mal zur Jenny. Und schauen mal, was wir machen können. Ich finde mir ein bisschen Holz. Oh, macht da lang. Das nehmen wir auch mal schnell mit. Ich brauche unbedingt Holz. Na komm, lauf mal schneller mein Freund. Gibt es denn noch Holz? Ja, da ist einmal Holz. Das holen wir uns. Okay, die ist leer. Heimer Holz ist immer gut. Da ist bestimmt diese Jenny da oder sowas. Ich glaube schon, das war das. Ja. Ja. Da sind wir hier bei der Jenny. Gott. Ich bin ganz clever. Ich weiß das. Ja. Reparier die Seilbahn. Na ja. Muss ich auch noch reparieren. Verdammt. Ja, dann gehen wir wieder schnell nach Hause. Ah, Mann, 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 Mann. Wir haben jetzt ein bisschen Holz. Das nehmen wir noch mit. Na gut, Stein ist zu schwer. Das kann man noch zerlegen. Was haben wir hier eigentlich noch? Ah ja, hier sind die Hochbeete. Die komische Solarlampe. Beet. Gut. Wie viel Wasser haben wir noch mit? Vier. Das können wir pflanzen und das können wir noch schnell pflanzen. Oh, wie denkt man mehr Wasser? So, was wollte ich jetzt auch her? Und zwar zerlegen. 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 Ich kann kein Gold schmelzen, oder was? Was ist denn da los? Naja, gut. Dann pack nochmal das Gold wieder in den Schrank rein. So, wie viel Metall haben wir denn jetzt? Drei. Ich muss da noch einen Eimer herstellen. Na. Hier habe ich auch noch was. Ja, je mehr Eimer wir haben, desto besser. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ich muss da noch mal schlafen. Ich muss da noch mal schlafen gehen. Ich bin müde. Ja. Halt. Der Inspektor kommt. Jetzt darfst du schlafen gehen. Der Inspektor kommt doch. Wahnsinn. Ich habe es fast verpönt. Er kommt wieder. Der Staat. Der Staat kommt. Die Staatsregierung kommt. Musik So, haben wir das nochmal gemacht? Die haben noch ein bisschen... Was sollst du wieder aufdecken? Verdammt. Ich dachte, der kommt ja jetzt. Herstellen. Werkbank Level 3 braucht 30 Metall, 30 Glas. Das ist ein Key. Seltenes Grundmaterial. Was können wir da gebrauchen? Einmal Plastik. So ein Kühlschrank wäre gut. Jetzt tun wir nochmal ein bisschen jagen. Ah, die wird die Zeitung haben. Verdammt. Und ich schmeiße sie jedes Mal weg. Oh, ein Tisch bringt 15 Dollar. Okay. Ein Tisch bringt 15 Dollar. Mit so viel Holz habe ich jetzt nicht. Kann man hier dabei mal ein bisschen leise reinklatschen. Wie viel Wasser habe ich? Achso, hier. Einmal Wasser. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ah, okay. So. Ach, der Weg ist versperrt, verdammt. Jetzt hat er bestimmt auch das Wasser genommen, oder? Ja, hat er. Das Wasser fertig. Ja, ich weiß, da fehlt halt dieses hier. Die Leiter. Der Inspektor kommt gerade noch nicht, das finde ich sehr gut. Ja, viel kann ich jetzt gerade nicht machen. Na gut, ich kann doch schnell die anderen Hochbeete hinsetzen. Hier ist eigentlich eine sichere Menge, ja. Da kann ich sie eigentlich auch. Theoretisch, ich probiere es einfach mal, weil es kann ja nicht schon passieren. Ich bin ja nur Gärtner. Ah, was soll denn passieren? Er braucht trotzdem noch Wasser. Wo bleibt denn jetzt der Inspektor? So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020